Versuchen wir's mal. Erstmal Schafe grundsätzlich hier rüberziehen oder generell alles. Ähm. Dum 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 dum. Also ich weiß noch, ein paar Kühe sind damals ins Schafgehe gekommen, weil ich ja damals noch ein paar Heubeilen hatte, die ein bisschen zu hoch waren. So, komm mal her. So. Na, warte mal. Machen wir es so. Ähm, schlecht. Wusste nicht, dass ich noch Air Stacks hab. Ah, Kuh bleibt da drüben. Nein, verdammt. Ja, das ist okay. Ich wollte ja nicht alles hier jetzt rüberziehen. Ähm. Nicht alle auf einmal. Weißt du, das ist ein bisschen so, wie wenn ich dann hier... Nicht in die Richtung. Nein. Wenn ich mit Öffis fahre, weißt du, dann hast du halt die Menschenmengen, die einfach alle ganz plötzlich durch die Tür wollen. Vom Bus. Weißt du? Und, ähm... Und, ähm... Naja, sie halt alle nicht... Sie haben Angst vor dem Walzen. Eindeutig. Ähm, ja. Menschenmengen, ne? Also, ich dachte, das ist damals einfach nur, ähm, zu meiner Schulzeit gewesen, weißt du? Wenn Schüler dann halt irgendwie, ähm, irgendwie alle sich in den Bus reinzwängen wollen. Aber nein, das können Erwachsene genauso gut. Leute. Ihr seid vorher, die ganze Zeit immer hier rüber gesprungen. Ja, wie krieg ich euch denn jetzt voneinander getrennt? Das ist doch kacke. Also, auf jeden Fall muss halt hier Zaun hin. So viel ist klar. Ich hab hier ein bisschen tierige Liebe am Arsch. Und vorne auch. Ähm... Schafe, springt einfach rüber! Oh. Ihr wisst, was das bedeutet, oder? Wir müssen jetzt alle mal ganz tapfer sein. Und wir schauen gleich einfach mal nicht hin. Es geht nicht. Ja? Also, was da dann an, an... An, äh, gezüchteten Schafkühen dann entsteht. Das geht nicht. Oder an Kuhschafen. Also, Seekühe sind ja schon so ein Paradox, ne? Da hat halt eine Kuh ordentlich Liebe gemacht mit so einem Tintenfisch. Ne? Wissen wir ja. Ne? Aber Schafkühe? Kuhschafe? Irgendwo hört die Biologie mal auf, ne? Aha. Wie kommen die überhaupt da durch? Ja, das frage ich mich auch. Aber sie haben es anscheinend tatsächlich geschafft. Idex hat mich darauf aufmerksam gemacht. Die sind tatsächlich über so einen einen Spalt hoch. Zumindest die scharfe immer. Von hier standen die halt dann mal hier so irgendwie drauf. Irgendwie. Und haben sich dann da durchgezwängt. Und dementsprechend standen sie halt da. Was ist da? Achso. Da steht ein Creeper. So schlimm ist es nicht. Manche Erwachsene sind eben noch Kinder. Damit habe ich ja kein Problem. Aber da, weißt du, so in der Öffentlichkeit so ein bisschen, weißt du? Also du musst dir ja vorstellen, wie auf dem Parkplatz, weißt du, um fünf Autos versuchen sich in eine Parklücke rein zu zwängen. Ist einfach so. So. Ja, da machen wir auf jeden Fall dicht. Beziehungsweise hier oben muss ja dann eigentlich dann theoretisch nichts mehr hin. Weil wir haben ja dann hier Zäune. Und, ähm, die sind ja anderthalb Block hoch. So hoch können die nicht springen. Klingt, klingonisch. Ist aber so. So. Alles mal her hier. Hier unten muss ich da auch noch den Stein ersetzen. Och Gott, das wird lustig. Och Gott. Und dann die Tiere, die gleich sterben müssen. Hm. Was? Sterben? Aber das hast du nicht gesagt. Da! 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 Ihr habt es gesehen! Na gut, hier hat auch ein Enderman wieder was rausgenommen. Ja, und da geht die Kuh rüber. Und so hat sich das halt über Jahre hinweg halt entwickelt. Der Enderman da freut sich in Keks. Kannst du mal die Wand in Ruhe lassen? Ich weiß, Lara Kroff finde Wände geil. Ja, aber du kannst die Wand echt mal in Ruhe lassen. Brauchst gar nicht mit dem Kopf schütteln. Ja, das dachte ich mir. Aber auch so plötzlich, ne? Ist er dann halt so sehr angetan von mir. Ah. Jetzt ist es gut. Nein! Weg! Hallo! Ja, Enderman. Ich kümmere mich gleich um dich. Jetzt lass doch mal Kals kurz. Ja. So. Meine Güte. Einmal mit Profis. Boah! Die Schafe sind Cheater. Ja, das sind Speedrunner einfach. Ja, man kennt das ja derzeit. Nein, wenn jetzt Video rauskommt, läuft es nicht mehr. Aber jetzt vor kurzem lief der wieder Games Done Quick. Das super Speedrun Event gegen Krebs. Wo er gespendet wird für, ne? Äh, Krebsforschung und sowas. Und dort wird ja auch alles an Glitches ausgenutzt und sowas. Sämtliche Lücken im Spiel. Ja. Schafe sind Speedrunner. Also, ja, sie kommen auch immer ganz schnell durch so eine Lücke. Äh, sobald ihr die Lücke seht, boah, ich will da durch. Ich will da durch. Siehst du das schon wieder? Schon wieder? Ja, ich hab da eine Lücke gesehen. Ich will da durch. Hm. Ja. Ja, das ist okay. Muss ich einen Scharf weniger töten. Diese Hühner, ne? Leute. Obwohl, ja, du kannst ja durch. Ja, komm. Speedrunner. Go. 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 Nein, da bleiben. Oh. Oh. Ist das anstrengend. Lara, kannst du mir nicht mal eine Umarmung geben? Ich glaub, das heißt nein. Oh. Immer dasselbe mit den Frauen. Immer dasselbe. Läuft einfach nur an mir vorbei, weißt du? Boah. Thiel können sich ja auch durch den Zaun bangen. Ja, stimmt. Dafür musste ich ja einen doppelten Zaun anlegen. Ach, ja, 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 warte. Da müssen wir ja tatsächlich zwei Zäune hintereinander anlegen. Da war ja was, da war ja was. Gut, dass du mich drauf ansprichst. Und das war wieder Meteorit. Hervorragend. Was, guckst du mich so an? Ich hab nichts getan. Oder doch? Man weiß es nicht. So. Ähm. Zuerst. Aber einmal ganz kurz hier einen Stein hier raus. Well. Äh. Na, da kommt natürlich Erde hin. Das kannst du hier so ja nicht liegen lassen. Das kann man ja nicht anbieten. Das sieht ja scheiße aus wie Ole. So. Nein, Steins haben wir hier nicht an. Ich hab genug Stein. Ich hab so viele Steine, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wohin damit. Alleine in Neumore. Wie viele Steine wir da haben. Das ist echt nicht feierlich. So. Okay. Das haben wir da. Da hat auch ein Enderman wieder was abgestellt. Ich muss irgendwas mit dem Enderman machen. Das geht ja so mal gar nichts. Ähm. Dann. Dann, 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 dann. Kommt das hier weg? Kommt das da weg? Kommt da ein Zaun ran? Und da Erde. So. Dann kommt das hier erstmal so ein bisschen weg. Die können sich ja gerne begutachten hier. Aber es muss ja jetzt nicht die ganze Zeit, ne? Immer nach den Schafen gehen, sozusagen. Warum haben wir da eigentlich Kies? So. Dann haben wir das da weg. Das da weg. Da backt sich die Welt gerade durch. Ja. Ja. Dann kommt hier ein Zaun hin. Und hier ein bisschen. Ja. Ne? Jetzt willst du da durch die Ecke, ne? Ist jetzt nicht. Hast jetzt verkackt. So. Und das Huhn blockiert mir die Lücke. Ah. Hey. So viele Leute hier. Wow. So viele Leute, die heute ins Stream reinkommen. Einfach hier zum Live-Let's-Play. Ist es denn immer. So. Da oben. Was ist da? Warum ist da eine Lücke? Anaman? Ich mach da mal ganz kurz dicht. Das war zu viel. Das war zu viel. So. Das ist das. Dann, 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 dann. Genau. Dann kann ich jetzt hier den doppelten Zaun setzen. Wenn. Ja gut. Die wollen jetzt hier rüber, weil hier ein Airblock ist. Wenn das natürlich nicht ist, ist das auch nicht möglich. Jetzt, komm. Lass mich hier mal. Lass, lass Papa mal werkeln hier. So. Oh. Die nächsten Kackschafe. Ist es denn wahr? Und dann auch nur die pinken, weißt du, die direkt vor einer Love Parade kommen. Ja? Komm. Weg mit dir. Oh nee. Gibt's ja gar nicht mehr, ne? Love Parade. Was ist das, Mamat? Ist das Retro? Ja, das auch. Theoretisch muss ich hier tatsächlich einfach weiter ausleuchten, damit dann halt auch keine Enderman mehr spawnen, ne? Hm. Komm, geh weg. Irgendwie sowas müsste ich tatsächlich tun. Und da wollte ich mir ja immer noch eine Mod installieren, mit der man halt sehen kann, ähm, ähm, wo es irgendwie zu dunkel ist und sowas. Das habe ich ja bis heute irgendwie nicht geschafft. Da ist noch ein Zaun zu viel. Der Zaun muss weg. Der Zaun muss weg. Der Zaun muss weg. So, haben wir die Ebene schon mal aufgeräumt. Nächste Partykeller-Ebene. Dasselbe in grün. Aber, Mamat, das ist doch schon alles grün. Ja, die Wiese vielleicht. So, komm. Ja, und da, ne? Sie sehen Lücke. Boah, ich werde durch. Oh, hat er wieder zugemacht. Hat er zugemacht. Oh. So, nein. Bleib da. Ich sag, er ist ein Speedrunner. Ich hab's immer gewusst. So. Alter, es ruckelt so sehr, dass er manchmal hier mit einfach klicken zwei Setzt. Es ist so abartig. So, da haben wir das jetzt aber auch. Kommt jetzt hier oben noch die Erdreihe weg. Weil's so schön ist. So, bitte warten, bitte warten, bitte warten, bitte warten, bitte warten. Na, super. Das sieht ja jetzt auch scheiße aus. So. Nein! Ist das wieder der Kiesweg, ja? Okay. Ja, macht noch mehr weg, Mammut. Gut, Mammut. Weiter so. Sie wird noch ein Profibauer. So, haben wir das. Das heißt, hier kann jetzt erstmal nichts mehr von A nach B kommen. Das ist schon mal Schritt 1. Schritt 2. Dieses Feld muss gesäubert werden. Ich habe manchmal so den Atos-Drang in mir. Ja, es hilft ja nichts. Ich kriege nicht vernünftig die Tiere von A nach B. Das heißt, ich werde jetzt einen Schritt machen, den ich normalerweise niemals tun würde. Aber wir müssen es mal langsam tun. Es geht einfach nicht. Es kann so nicht weitergehen. Und deswegen, alles, was nicht in dieses Feld gehört, muss leider weichen. Kommt es, dass der Mammut so früh streamt? Hat er einfach einer frei? Ja. Einmal das. Sowieso ist es ein Live-Let's-Play. Und, ähm, ja, einfach mal, weil, einfach mal Frühstücksfernsehen sein, weißt du? Also, weniger Fernsehen, mehr Frühstück. Obwohl, ich habe noch nichts gefrühstückt. Ja, es tut mir leid, kleine Kuh, es tut mir leid. Zum Wohle der Einheit. Ich fühle mich gerade so rassistisch. Du darfst hier nicht sein. Ach, ich bin so ein Tier-Rassist. Das geht nicht. Nein. Wirklich nicht. Nein, dich haue ich nicht. Außer du stehst drauf. Okay. Ähnliches müssen wir gleich drüben auch machen. Hier auch Löcher zum Stopfen. Löcher sind zum Stopfen da, man kennt das ja. Dann haben wir jetzt hier zumindest schon mal keine Kühe mehr. Das ist schon mal ein guter und vernünftiger Schritt. Und auch kein Huhn. Nur eine seltsame Blume. Die... Moment. Moment. Ich weiß, was das für eine Blume ist. Ich sollt hier schnell weg. Ich sollt hier schnell weg. Ich sollt hier schnell weg.